Marvel Studios hat offiziell die Besetzung für den mit Spannung erwarteten Film, Die Fantastischen Vier, bekannt gegeben. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Bachrach und Joseph Quinn werden das Superheldenteam als Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm anführen. Unter der Regie von Matt Shagman soll der Film am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen, mit einem neuen Titel- und Drehbuchentwürfen von Jeff Kaplan, Ian Springer und Josh Friedman. Die Fantastischen Vier ist das lang erwartete Debüt des Teams im Marvel Cinematic Universe und verspricht eine neue Sichtweise auf die kultigen Figuren, die 1961 von Stan Lee und Jack Kirby geschaffen wurden. Mit einem starbesetzten Ensemble und gesteigerter Vorfreude erwarten die Marvel-Fans diese aufregende Ergänzung des Superhelden-Genres mit Spannung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017